Jetzt ist Schalke wieder in akuter Abstiegsbedrohung, nachdem man überraschend St. Pauli mit 3 zu 1 besiegen konnte und unentschieden gespielt hat, haben, wie wir es gerade angesprochen haben, die Mannschaften unten wieder gepunktet. Kare Gerrads wird doch wieder angezählt. Könnt ihr es nachvollziehen, dass wieder die Trainerfrage gestellt wird bei Schalke? Naja, also er hat ja jetzt, wie du es vorhin über Tim Walter gesagt hast, irgendwann gibt es diesen Flip bei Trainern, die dann auch gegen die eigenen Spieler schießen. Und das ist jetzt schon bei Schalke der Fall. Er schießt jetzt seine eigenen Jungs ab. Und ich glaube, diesen Bruch, also mir tut es wirklich richtig weh um Schalke, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn nur mal dieses Schreckensszenario mal anmalen. Wenn es jetzt wirklich noch eine Liga runtergeht, dann weiß ich nicht, wie Schalke jemals wieder zurückkommen will. Niemals. Ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen, dieser riesengroße Apparat, dann im Amateurbereich quasi, aber dritte Liga und Schalke, das kommt nie wieder hoch. Und der Bruch jetzt schon, dass der Trainer seine eigenen Jungs anzählt und sagt, ja, ich kann ja nicht, nee, er hatte sowas albernes gespielt, ich kann ja nicht mehr spielen. So nach dem Motto, er wäre ja eigentlich fit genug, aber eigentlich kann er es nicht. Das wirkte so ein bisschen so. Das finde ich schon richtig heavy jetzt in diesem Moment. Eigentlich müsste er sich, wie Tim Walter zu seinen besten Zeiten, schreiend geifernd vor seine eigene Mannschaft stellen und sagen, die machen keine Fehler, halte mal alle die Klappe. Und ich glaube, das haben wir jetzt nicht mehr. Und mir ist jetzt schon Angst und Bange vor Situationen, die wir schon erlebt haben. An der Arena auf Schalke, wenn Fans sehr, sehr sauer. Ja, man muss ja der Wahrheit ins Gesicht gucken. Es gab Schreckensbilder, die wir da gesehen haben, wo Mannschaft und Fans ganz weit auseinander waren. Sehr, sehr, sehr viel Hass und Wut da war. Und eine ganze Region, das ist ja identitär mit Schalke. Und wenn das jetzt in die Hose gehen sollte, dann keine Ahnung. Ich finde es, er spielt mit dem Feuer. Er hätte das nicht machen sollen. Ich bin da sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich will aber den Trainer so ein bisschen aus der Schussbahn nehmen, weil da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, den wir vorher hatten. Und um jetzt mal so ein großes Fass aufzumachen. Schalke ist seit Jahren ein Verein, der auf Sicht fährt. Also wirklich immer nur die kurzfristige Entwicklung im Sinn hat. Und auch vor der Saison ging es nicht darum, irgendwas zu entwickeln. Es ging einfach nur darum, wir müssen wieder aufsteigen. Wir werden wieder aufsteigen. Aber es ist sehr schwer. Die tägliche Arbeit auf dem Platz ist ja nicht, wir steigen auf. Sondern ihr stellt euch ja hin, ihr geht in den Kraftraum, ihr geht auf den Trainingsplatz, ihr trainiert Dinge ein, ihr habt eine bestimmte Idee, die ihr verfolgen wollt und so weiter und so fort. Da steckt ja viel mehr hinter. Und Schalke hat das vor Jahren schon aufgegeben. Also die haben aufgegeben, da irgendwas entwickeln zu wollen, was länger hält als nur die nächsten drei Spiele. Und so wichtig, wie es ist, von Spiel zu Spiel zu denken, ist aber auch wichtig, eine langfristige Idee zu haben. Und egal, welcher Trainer da reinkommt, er hat einen Kader, der so wild durcheinander gemischt ist, nach drei Abstiegen mit Altlasten, mit neuen Spielern. Da ist es ganz, ganz schwierig, was zu basteln. Man sieht ja auch schon, dass der neue Trainer sehr viel versucht und sehr viel auch Unterschiedliches versucht, aber nichts davon richtig greift. Also es ist ganz, ganz schwierig für einen Trainer, in so ein Umfeld dann auch reinzukommen und dann sofort zu performen. Aber mit dem Wissen, dass er so einen Bauchladen an Material, also an Personal hat, dann kannst du doch nicht jetzt auch noch dahin gehen und die noch dem Fraß zu... Also ich halte es für einen gänzlich falschen Ansatz. Da würde mich aber auch mal Fabi interessieren, weil du hast jetzt gerade gesagt, du fandest es nicht in Ordnung oder hättest es nicht so gemacht, dass Kari Gerrits die Mannschaft so stark kritisiert hat. Anzählt, ja. Anzählt, jetzt hat Fabi ja gestern, wie wir alle wissen, gestern auf dem Platz gestanden. Ich habe mir mal gerade nebenbei noch die Kickernoten angeguckt von den geschätzten Kollegen. Matriciani 6, Latzer 6, Schallenberg, Callas, Mörken, jeweils mit einer 5-. Also du hast selber die Tore vorbereitet und gesehen, wie sie gefallen sind. Da war ja ein individueller Fehler nach dem anderen dabei. Ist es dann nicht vielleicht auch verständlich, dass ein Trainer dann diesen Hebel in Bewegung setzt, auch wenn es vielleicht im ersten Moment so rüberkommt, als würde man da nach den letzten Strohhelmern greifen? Ich habe das immer schon für den falschen Ansatz aller gehalten. Die wissen doch selber, dass sie Scheiße gespielt haben. Die müssen jetzt nicht die Kickernote morgens aufschlagen. Einmal dazu, Kickernote. Ich glaube, ich orientiere mich eher an Fakten, wenn man schon Sachen bewertet und das sind Pässe, gewonnene Zweikämpfe, Tore, Torvorlagen und nicht eine objektive Meinung. Wer vielleicht auf der Tribüne gesessen hat, der hat ja ganz gute Aktionen, also da gibt es ja noch ein paar andere Apps. Gut, fairerweise Zweikammsquote von dir gegen Matriciani war gestern halt schon auch gut. Aber ich meinte einfach nur, dass es da, finde ich, da wird ein Bild in der Öffentlichkeit geschaffen, wo man sagt, okay, man schaut da rein, 6,0, 5,5 und so weiter. Ohne Frage. Die waren sicherlich gestern nicht, hatten nicht ihren besten Tag. Aber ich glaube, da muss man an den Fakten bleiben. Und wie du gerade gesagt hast, finde ich auch richtig, dass man sagt, okay, wenn man richtig schlecht gespielt hat, das ist das Schlimmste. Weil die ganze Woche wird schlecht, weil man immer noch diesen Rucksack, es nervt einen, dass man schlecht gespielt hat. Man weiß es. Dann gibt es die eine Seite, klar, du kannst sagen, okay, der Trainer muss ja irgendwas machen und irgendwie eine eiserne Reserve und jetzt zähle ich nochmal die Jungs an. Ob das hilft, keine Ahnung. Ich sage auch, es nervt einen nur noch mehr und man weiß es ja. Auf der anderen Seite, was der jetzt sagt, ist ja dahingestellt. Am Ende, wenn der anpfeift beim nächsten Spiel, ist es völlig egal, ob der Trainer sagt, du spielst Champions League und hast 50 Champions League Tore gemacht oder du bist Katastrophe. Wenn der Schiedsrichter beim nächsten Spiel anpfeift und der Trainer gibt dir wieder die Chance, wohl daran gemessen, dann muss man sagen, dann zählt eh nur noch das Spiel. Also bin ich davon ein Fan, dass ich mich ein bisschen distanziere, was übereingesagt wird, um mich da einfach nicht so angreifbar zu machen von externen Aussagen über mich. Ist ja auch goldrichtig, nur wenn die Kritik aus dem allerinnersten Zirkel kommt und dein Lehrmeister, der Mann, der das Ganze aufsteht für dich und deine Mannschaft, vor allem sagt, dass du extra Scheiße gespielt hast. Ja, das hilft nicht. Ja, genau, wie soll das denn? Jetzt mal ganz immer, mach doch was emotional mit allem. Aber das hat er ja auch nicht gemacht, der hat ja jetzt gesagt. Nein. Aber das ist ja auch schwierig, weil er kann sich auch nicht hinstellen, er hatte 5-2 und das war wirklich nicht gut, was Schalke da gespielt hat. Und die Frage, die Frage, die Reporter sind ja auch so, dass sie explizit Fragen stellen, wo du auch dann mal irgendwann Stellung beziehen musst. Und wenn du 5-2 verlierst und es hätte, glaube ich, noch höher ausfallen können, hätten wir ein paar Konter besser ausgespielt, dann kann man auch nicht sagen, ja, okay, das war Pech. Dann muss man schon sagen, ja, und dann fragen die noch mal nach, ja, wer explizit und dann kommt da schon der Name. Und dann gibt es eine Schlagzeile natürlich, dass da auch ordentlich Klicks gemacht werden. Das ist, glaube ich, auch sehr undankbar nach so einem Spiel. Ich glaube, nach so einem Spiel wie gestern gibt es keinen Gewinner und ich glaube, da schaffst du es nie, alle mitzunehmen. Ja, Zitat Ende. Es ist am Ende vielleicht... Es ist am Ende vielleicht auch auf Schalke, ich meine, wenn du gerade das Spiel 2-5 verloren hast, vor 70.000 Leuten ist sowieso auch emotional für alle Beteiligten nochmal eine andere Situation, aber dass auf Schalke die Nerven seit Beginn der Saison komplett blank liegen und da vielleicht auch vor Mikrofon nicht immer die cleversten Entscheidungen mit unglaublich viel Weitsicht getroffen werden, ist, glaube ich, spätestens klar, seitdem Timo Baumgartner öffentlich Thomas Reis angezählt hat, wenn er auch meiner Meinung nach in dem, was er damals gesagt hat, vollkommen recht hatte. Aber trotzdem zeigt das einfach, das ist ja vorhin auch schon angeschnitten, für Schalke ist der Abstieg nochmal was anderes, als wenn jetzt der VfL aus einer Brücke in die dritte Liga absteigt. Das ist eine Fahrstuhlmannschaft zwischen zweiter und dritter Liga. Das ist völlig okay und völlig normal, wenn da erstmal hoch und wieder runter geht. Bei Schalke würde da ein Apparat auseinanderfliegen. Du hast vorhin von dritter Liga gesprochen. Es ist ja nicht mal klar, ob sie dafür überhaupt die Lizenz bekommen würden. Vielleicht geht es tatsächlich nicht nur, wie du vorhin gesagt hast, in den quasi Amateurfußball, auch wenn ich die dritte Liga persönlich nicht so bezeichnen würde, aber vielleicht geht es für Schalke tatsächlich in den Amateurfußball. Und da hängt dann einfach so viel dran, dass der Druck immens ist. Und wenn man dann einmal in so eine Abwärtsspirale gerät, glaube ich auch, dass es einfach für Trainer unglaublich schwierig ist, da überhaupt noch irgendwas rauszuholen. Du hast vorhin von kurzfristiger Entwicklung gesprochen. Wir haben bei Schalke in der letzten Zweitligasaison hat man sich die All-Star-Truppe zusammengekauft mit wirklichen Spielern, die eben damals den Unterschied machen konnten für den Aufstieg. Ein drei Jahre jüngerer Simon Terodde, ein Marius Bülter, damals ein Rodrigo Salazar. Dieses Mal hat man andere Spielertypen geholt, die eben ja auch für die zweite Liga gute Spieler sind. Lino Tempelmann, Paul Seguin, die haben alle in den vergangenen Jahren in dieser Liga solide Leistungen abgeliefert. Aber es sind eben nicht die Marius Bülters und nicht die Rodrigo Salazars, dass da am Ende es dann um den Aufstieg geht. Aber dass es so kommt wie jetzt, damit hätte am Anfang der Saison ich zumindest nicht gerechnet. Und ich finde es einfach extrem schade, weil Schalke eine der traurigsten Erzählungen im Profi-Fußball der letzten fünf bis zehn Jahre ist. Findet ihr es trotz der Kaderstärke für weiterhin realistisch, dass Schalke wirklich absteigt? Sie haben ja noch die Heimspieler als Host-Fund. Da haben sie ja zuletzt auch immer mit der Stimmung im Rücken vielleicht ein bisschen besser performt. Ist natürlich schwierig, weil da unten aktuell alle Mannschaften ganz gut performen. Auch so ein Eintracht Braunschweig hat plötzlich ein Momentum. Hansa Rostock hat gewonnen. Also da hast du schon viele Mannschaften, die eine Klasse haben, die du vielleicht nicht erwartet hast. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Schalke mit den Heimfans im Rücken und auch mit der durchaus vorhandenen individuellen Klasse noch die paar Punkte zusammenklaubt, um das zu schaffen. Ganz interessant, dass du es gerade ansprichst. Wir können uns mal die Auswärtsstatistik angucken von Schalke 04. Platz 17, sieben Punkte. Also das untermauert auch nochmal das, was du gerade gesagt hast. Es werden am Ende dann sehr wahrscheinlich die Heimspiele, die bei Schalke entscheiden werden. Hier haben wir sie einmal. Kiel ganz vorne mit 27 Punkten. Die Hertha auf Platz 8 seid ihr auch ein bisschen hinterher wahrscheinlich, als was ihr eigentlich haben wolltet, oder? Ja. Was war das beschissenste Auswärtsspiel von euch dieses Jahr? Also in der Saison? Ja, Pauli. Ich glaube, obwohl, also Pauli war auf jeden Fall schlimm, weil 2-0 verloren. Weil ich glaube, es ist, wenn du so unterlegen bist, dass du völlig verdient verlierst und nach Hause fährst und gefühlt nicht mitgespielt hast, ist es sehr ernüchternd. Hey, so habe ich mich gestern gefühlt, aber ich bin noch nicht nach Hause gefahren. Und immer noch hier in Berlin. Ist auch schön hier. Wunderschön. Du musst dich mal, wenn du dir, wenn du das anguckst, dann weißt du aber auch als Schalke, als ganzes Konstrukt, wie unglaublich wichtig diese Heimspiele sind. Und das ist natürlich auch nochmal eine Weste. Ist ein fieser Vergleich. Das mache ich jetzt nicht, um zu ärgern. Aber wenn die einen aus Dortmund es nicht geschafft haben, Meister zu werden, weil sie diesen Druck gespürt haben, haben die den Druck jetzt auch. Und jetzt ist es so, ich habe es mir von Schalke-Fans erzählen lassen, als es dann eben zu Hause nicht gereicht hat, ist in dem Stadion Totenstille. Und dann merkst du erst, wie groß die Panik einer ganzen Region ist. Und das überträgt sich natürlich automatisch auf die handelnden Personen. Wenn die dann wenigstens pfeifen würden und schreien würden und berufen würden oder sonst was. Ich habe es mir berichten lassen, ich war selber nicht im Stadion. Es war Totenstille. Verloren und dann stehst du dann da. Was machen wir jetzt? Und ich glaube, damit muss man umgehen lernen. Und ich beneide keine Profisportlerin, keinen Profisportler, um diese schreckliche Situation mit diesem Gewicht, mit dieser Bedeutung für eine ganze Region umgehen zu müssen. Ich finde das faszinierend, wie man das schaffen kann. Vielleicht auch immer der Grund, warum Per Mertesacker trotz seiner großartigen Karriere immer panische Angst vor den Spielen hatte, kurz vorher. Bevor wir jetzt gleich zu unserem Paulana-Deckel-Derby kommen, was übrigens ein bisschen überarbeitet worden ist, könnt ihr euch gleich darauf freuen. Ich stelle euch ganz gerne unseren Gästen immer so eine kleine Prognosenfrage. Wer werden die letzten drei? Einmal der Reihe nach. Ich wage mich mal hervor und sage VfL Osnabrück. Mutig. Schon mal mutig. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für Hansa nicht reicht. Und ich bin sehr gespannt bei Kaiserslautern, wie es da weitergeht. Mit Friedhelm Funkel haben sie da auch eine Wette eingegangen. Bin ich sehr gespannt, ob sie da noch den Turnaround schaffen. Könnte dann zwischen Ihnen und dem Hansa Rostock sehr eng werden und Eintracht Braunschweig. Das sind so, also Eintracht Braunschweig, Hansa Rostock, Osnabrück sind so meine Tipps. Bei dem? Ich hätte in diesem Fall Braunschweig gesehen, obwohl sie jetzt ein Momentum haben. Also das ist immer so eine Erzählung kurz. Wenn jetzt gutes Fahrwasser kommt, dann kann es die Eintracht noch schaffen. Ansonsten bin ich exakt bei der Aufstellung, die Tobi reiht. Ich glaube, Braunschweig schafft es. Ich sage von unten, also es ist jetzt wirklich nur, wie hast du es vorhin genannt? In die Glaskugel gucken. Glaskugel. Ja, genau. Osnabrück, Rostock, Schalke. Sorry. Und dann in der Relegation Klassenerhalt, versteht sie. Ja, ich würde mich meinen Vorrednern anschließen. Letzter Platz Osnabrück. Ich glaube, das ist schon fast sicher. Eintracht Braunschweig, glaube ich, wird es auch nicht mehr ganz schaffen, auch wenn sie gerade, wie Stefan gesagt hat, das Momentum bei sich haben. Und dann bin ich sehr gespannt, was dann passiert. Relegationsplatz Rostock, Schalke. Kann ich mir auch vorstellen, dass es da nochmal schwierig wird. Würde mich aber eher auf Rostock, glaube ich, festlegen. Osnabrück. Rostock, Braunschweig. Und Braunschweig macht es in der Relegation. Wir wissen, genau. Ja, wir wissen, dass wir über